Selbstverständlich gibt es bei uns Weihnachtsgeschenke und davon jede Menge. Und damit herzlich willkommen zu Ihren Markauf-Nachrichten hier in Ihrem Markauf in Lauchammer. Ich stehe nicht ohne Grund direkt hier an unserem kleinen Weihnachtsbaum, denn wir haben noch verschiedene andere große Weihnachtsbäume. Denn liebe Kinder, ihr kennt eure Stiefel bei uns abstellen, nämlich bis zum 1. Dezember habt ihr die Möglichkeit, eure Stiefel hier bei uns abzustellen auf unserer Treppe. Und wir befüllen sie dann, beziehungsweise der Nikolaus befüllt sie. Und der Nikolaus übergibt sie dann auch am 6. Dezember pünktlich zum Nikolaustag um 16 Uhr. Könnt ihr euch dann eure Stiefel bei uns abholen. Liebe Kunden und Kunden, natürlich haben wir wieder Neuigkeiten bei uns aus der Fischdecke zu berichten hier. Sie alle kennen das Thema aus dem November. Dort hatten wir uns den Zander mit auf die Fahne geschrieben. Hier haben wir noch einen geräucherten Zander. Wir haben ja gerade auch den Übergang von November auf Dezember. Im Dezember haben wir aber ein besonderes Highlight für alle, die besonders Schalen- und Krustentiere mögen. Aber welche Artikel wir Ihnen jetzt vorstellen, dazu möchte ich natürlich den Spezialisten aus unserer Fischbedientheke, den Herrn Weinhardt, mit ganz kurz um das Wort bitten. Herr Weinhardt wird Ihnen ganz kurz erklären, welche Artikel wir mit bei uns für Sie haben. Viele von Ihnen kennen die Jakobsmuscheln. Jetzt möchte ich Ihnen gerne vorstellen, die Highlights im Dezember. Da haben wir einmal zu meiner Linken die argentinischen Rotgarnelen. Die kennen Sie schon bei uns, die haben wir öfters da. Und was sehr besonders ist, wie Sie schon sehen, das sind die Black Tiger Garnelen aus dem asiatischen Raum, die wirklich ein Hingucker sind und da ist auch was dran. Und jetzt noch ein besonderer Hingucker. Unser Favorit im Dezember sind die Königskrabbenbeine. Die haben wir zum ersten Mal bei uns aus der Beringsee, aus dem Raum Alaska. Nachdem wir Ihnen jetzt natürlich alles schmackhaft gemacht haben, hier nochmal unser kleiner Hinweis. An unserer Fischdecke haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, gerade zu den Feiertagen hier Ihre Fischbestellung bei uns abzugeben. Wir organisieren dann Ihre Artikel pünktlich zum Fest oder auch gerne zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt. Liebe Kundinnen und Kunden, Sie kennen bei uns die Artikel hier in unserer Baby-Nahrungsabteilung und natürlich auch der Baby-Zubehör-Abteilung schon aus den vergangenen Jahren. Was haben wir jetzt ganz neu bei uns? Wir haben ganz neu, passend auch zum Baby, hier Strampler, Kindersachen. Also alles, was das Babyherz begehrt, ganz neu in einer Wand für Sie mit komprimiert zusammengefasst. Also schauen Sie vorbei, vielleicht ein bisschen versteckt. Gegenüber haben wir unsere Arzneimittel, da wissen Sie bestimmt, wo es dann ist. Viele von Ihnen waren ja bei dem grandiosen Start des Kick-Off-Veranstaltungen von unserem Stickeralbum vom FC Lauchhammer dabei. Und darum sieht das Display auch etwas sehr, sehr leer aus. Wir haben nachbestellt, keine Angst. Ich möchte Ihnen hier nochmal ganz kurz miterklären, wie Sie an dieses wirklich tolle Stickeralbum mitkommen. Hier haben Sie im Prinzip das Stickeralbum und noch fünf verschiedene Stickerbriefchen. Die sind zusammengefasst als ein Bundle und kosten auch nur vier Euro. Also ich finde, es ist ein fairer Preis für ein wirklich sehr, sehr gelungenes Stickeralbum. Wenn sich einige jetzt fragen, Mensch, ich habe das Album schon da und auch schon meine Stickerbriefchen schon fünf aufgebraucht, Sie können natürlich auch weiterhin die Stickerbriefchen bei uns kaufen. Am Kundenservice haben wir die noch in sehr, sehr ausreichenden Mengen da für nur 80 Cent ein Stickeralbriefchen. Und bedenken Sie, es kommt alles dem FC Lauchhammer zugute. Und ich denke, der braucht Ihre Unterstützung. Kommen Sie einfach vorbei. Aufgrund der wirklich sehr, sehr hohen Superresonanz haben wir uns dazu entschlossen, eine Aktion zu wiederholen, nämlich die 4 für 44 Aktion. Wie funktioniert das? Sie kaufen bei uns einen für 44 Euro und bekommen direkt bei uns 4 Euro Gutschein, einen Warengutschein ausgestellt an jedem Dienstag im Dezember. Also kommen Sie vorbei, jeden Dienstag 4 für 44. Davon ist selbstverständlich der Donnerstag nicht betroffen. Sie können weiterhin einkaufen an unseren beliebten Einkaufstag, nämlich den Donnerstag für 75 Euro und bekommen dort Ihren wie gewohnten 5 Euro Warengutschein. Damit möchte ich mich verabschieden bei Ihnen und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.